Es ist 14 Uhr, Ihnen einen guten Tag und herzlich willkommen. Sie sehen MDR um 2 heute mit diesen aktuellen Themen. Und wir beginnen mit einem Vorfall in der Nacht zum Samstag in Wurzen. Die Parkanlage am Bahnhof ist ein beliebter Jugendtreff. Aber immer wieder kommt es hier auch zu handfesten Auseinandersetzungen. Und so gerieten zwei Gruppen dermaßen in Streit, dass ein regelrechter Gewaltexzess folgte, an dem Einheimische und auch Ausländer beteiligt gewesen sein sollen. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Gotha ist am Abend ein Mann tot aufgefunden worden. Er lag leblos im Erdgeschoss des Hauses. Ein zweiter Hausbewohner konnte zum Glück gerettet werden. Um uns herum und stets der bange Blick nach oben, wann es denn endlich wieder schneit. Und genau so geht es eben auch den Betreibern in Königswald im Erzgebirge. Und von dort ist uns jetzt meine Kollegin Janett Eger live zugeschaltet. Janett, gab es denn in Königswald überhaupt schon Schnee in diesem Winter? In Königswalde, danke schön. Seit dem 26. Dezember des vergangenen Jahres heißt es für die Bewohner eines Elfgeschossers in Halle-Neustadt Treppensteigen. Denn seitdem ist der Fahrstuhl defekt. Unbekannte Randalierer hatten ihn außer Betrieb gesetzt. Und für die Mieter, besonders aus den oberen Stockwerken, ist das eine extreme Belastung. Magdeburg, vielen Dank. Tina Sawetzky in Magdeburg. Dankeschön. Der Alexanderplatz in Berlin mit seinem Fernsehturm, der Weltzeituhr, den Einkaufszentren, ist er seit eh und je ein beliebter Ort für Touristen. Gleichzeitig ist der Alex aber auch ein Ort des Verbrechens. Also Drogenhandel, sexuelle Übergriffe, Schlägereien sorgen bundesweit für Schlagzeilen. Vor allem nachts und an den Wochenenden kommt der Alex nicht zur Ruhe. Die Polizei hat gerade erst eine rundum gepanzerte neue Polizeiwache eingeweiht und will so für mehr Sicherheit sorgen. Dass Hunde eine besonders feine Nase haben, das ist ja bekannt. Und deshalb macht sich ja auch die Polizei deren besonderen Geruchssinn zunutze. Werden nämlich beispielsweise Menschen vermisst oder ist ein Verbrecher auf der Flucht, dann ist der sogenannte Man-Trailer mit von der Partie. Das sind also besonders trainierte Hunde und sie können noch weitaus mehr erschnüffeln als der normale Haushund. Und dass die Vierbeiner auch richtig zuverlässig arbeiten, das haben jetzt Wissenschaftler erstmals nachgewiesen. Und jetzt sehen Sie hier die Themen des Tages in der Übersicht. Dixi Dörner, Joachim Streich, Michael Ballack. Ja, bei diesen Namen, da geht Fußballfans vor allem im Osten das Herz auf. Aktiv sind sie alle schon lange nicht mehr. Doch beim Oldie Masters in Chemnitz am Wochenende, da gaben sie sich noch einmal die Ehre. Die einen auf der Trainerbank und die anderen auf dem Platz. Und er stand natürlich im Mittelpunkt. Michael Ballack, ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft.